Tag auch. Wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine Runde Captain of Industry. Ihr habt mir gedacht, solange Satisfactory gerade nicht so läuft wie ich das gerne hätte, versuchen wir mal was anderes. Ich hab das Spiel bisher nur bei dem Kibitz mal gesehen, Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Standardkarte, fangen so an, wie es vorgegeben ist. Machen wir alles so. Dann gucken wir mal, wie das so läuft. Okay, wunderbar. Als erstes hat das Spiel schon mal sich überlegt. Ey, ich mach mal die Einstellung kaputt. Ich mach mal kurz zu. Pause. Einstellung. Bitte. Das da. Falsch. Das da. So möchte ich das haben. Danke, liebe Spiel. Okay, was haben wir hier? Ich soll eine Kühlerei bauen und mit einem Schornstein verbinden. Kühlerei. Aha. Wo setzen wir das denn mal hin? Wie kann ich das drehen? Ja. Okay. Verbinden wir es mit einem Schornstein. Schornstein. Schornstein da. Äh. Ich weise zwei Lastwaren. Und dem Holzfallperter zu. Okay. Es ist gut, dass du mir erklärst, liebes Spiel, wie ich das machen kann. Ähm. Ah. Ah. so macht man das okay beginne mit dem mit der baumernte wo haben wir denn bäume heißen kann man nicht ich habe meine spaß mal hat keine bäume zum ernten nicht verschrotten dorthin fahren zu lassen lassen wir ihn mal dorthin und sie produzieren sie kohle die produzieren die kühlerei ja sie macht kohle ok kohle und abgas sehr schön hören sie hoch rufen verbinden ich baue das wahrscheinlich gerade richtig bescheuert da hin wo geht was rein und wo geht was raus da sind die eingänge machen wir den mal da hin wir haben eine metallgießer rein machen wir da so hin und schornstein ok noch ein schornstein wo soll der denn hin er kommt da ok haben wir und du kannst jetzt wie wärs denn mal wenn du anfängst ich werde nicht austauschen wie bringe ich den bei dass er hier ernten soll hätte ich vielleicht das tutorial doch erstmal lesen sollen läuft ja so war wir kriegen das bestimmt noch hin also du bist da du bist mit voll ernte er hat ok aber Ich muss das sagen können. Hier ist ein Baum. Guck mal. Äh. Oh, schön. Das ist der LKW. Das ist der Kollege. Ich werde ein bisschen bescheuert. Wie sagt man dem denn? In Weston Patch. Nein. Ähm. War doch irgendwo. Ja, okay. Angedockt. Wunderbar. Das sind meine Statistiken. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Otto. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Es ist ja wunderbar. Also, das könnte ein interessantes Let's Play werden. Ich kann die Bäume nicht anklicken. Ich kann... Ich kann hier verschieben. Wunderbar. Ich kann das machen. So, aber... Hier, drüber ziehen ist nicht. Hier, drüber ziehen ist nicht. Verlassene Kommunikationsstation. Wunderbar. Brauche ich nicht. Es wären Bäume. Schön, die du... hat keine Bäume zum Ernten. Oder ist der dir zu groß? Ich dachte, du bist ein bisschen Vollernte. Kriege ich das denn jetzt raus? Ebenen. Holy crap. Oh, Moment. Das habe ich schon mal gesehen. Glaube ich irgendwo. Aber das ist nur für Baumernte. Blende Raster. Lassen wir. Jetzt wollen wir gerade alles weg haben. Ich will Bäume ernten. Ich will nur Bäume haben. So, jetzt haben wir hier Baumernte. In diesem Spiel gibt es keine Bäume. Man kann keine Bäume ernten. Wow. Ja, herzlich willkommen beim miesesten Captain of Industry Let's Play. Hier auf YouTube. Wozu ein Geier? Sag ich dem? Ich will dich nicht warten. Navigationsanzeigen. Nochmal. Navigationsanzeigen. Ich nutze jetzt noch mal dieses. Geh mal dorthin. Ich weiß ja nicht, was mit dir ist, aber ich sehe Bäume. Hat keine Bäume zum Ehren. Ich muss dich da vorbewussten lassen, oder was? Er fährt sogar... Er fährt drumherum. Wir reden nicht drüber. Wir reden einfach. Seid ihr damit einverstanden, dass wir nicht da drüber reden? Oh. War zu offensichtlich. Konnte ja auch keiner sehen. Das war da unten so... So, wie kann ich euch jetzt verbinden? Damit. Rinne für Schmelze und Rohrleitung. Die Quellen nix schmelzen. Förderstrecke. Transportiert geschmolzene Produkte. Haben wir nicht, die haben wir erst hier. Könnten wir ja machen. Nein, 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 nein. Okay. So. Äh, nee, wir können sich das wieder abbeißen. Äh, also. Abreißen. Begab. Da kann man es einschließen. Okay. Jetzt schmilzt es da rüber. Forschungslabor. Warte mal. Forschungslabor. Solche E-Bau. Forschungslabor kommt hier an meine Wohnung. Kommt es nicht. Da, da hin. Du schmilzt. Wie kriege ich dich von da nach da? Da fährt bestimmt der LKW oder so. Was machst du denn? Äh, an, an. An, an. So. Produziere 5 von 8 Kugeln. Ja, von mir aus auch das. Warte auf Produkte. Du bist im Betrieb. Und machst auch nicht was. Achso. An Pause muss man denken. Okay. Es wird erklären, warum noch nichts gebaut wird. Das ist ein Spiel, ein, also, ein Spielprinzip, wo ich mich erst wieder dran gewöhnen muss. Ich kann Pause machen, ich kann, so was habe ich bei Anno oder so mal gehabt. Okay, der fällt fleißig Bäume. Das ist schön. War ja auch einfach, der zu finden, wie man Bäume fällt. Oh yeah. Wir haben hier Sprit. Was haben wir hier? Was ist ein Symbol? Hier ist Zeug. Werft reparieren. Sie müssen Technologie erforschen. Okay. Was hast du? Neue Forschung. Gucken wir mal. Eisen, Föhrtung, Schott. Fahrzeuge und Bergbau. Ähm. Wir könnten erstmal Essen erforschen. Ich muss gestehen, das hier schreckt mich extrem ab. Das ist ein bisschen mehr als Phase 1, 2, 3, 4. Holy Crap. Ähm. Gab es eine Aufgabe, die ich machen soll? Grundlegende Landwirtschaft. Steht doch sogar, was ich erforschen soll. Meine Grüte. Grundlegende Landwirtschaft. Wir machen das wieder groß. Forschung starten. Okay. Der forschenktiert erstmal. Montage. Manuell. Das fügen wir mal zur Warteschlange hinzu. Lassen danach die Sachen erforschen. Dann das. Ich weiß nicht, wie lange diese Forschungskette sein kann. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen hin und hau mal da Sachen rein. Okay, sie kann lang werden. Wir machen erstmal bis dahin. Wir sollen jetzt schön das hier erforschen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Okay. Du bist dabei. Du bist 10 von 8. Bauen sie Hochofen. Zwei Metallgießereien sollte ich bauen. Muss auch lesen, ne? Äh, Metallgießereien. Dann packen wir die zweite da hin. Schnappen uns, ähm, den Kollegen hier. Äh, du, da unten. Lass mal bitte da hin. Danke. Ähm. Dann haben wir die zwei aufgebaut. Starten sie den Abbau der verlassenen Kommunikationsstruktur. Beginne Wiederverwertung. Okay, haben wir. Da wird auch gearbeitet. Produzieren sie Eisen. Ah, deswegen produziert er nicht, weil der braucht es nur nicht. Okay. Das läuft schon mal, das ist ein bisschen blöd hier, aber okay. Der produziert, der scheint, das geht da rein, der produziert auch, wir haben Dampf. Äh, der ist bei 80 Prozent, produzieren sie 16 Eisen. Oh, da kommt Eisen. Das ist doch, ah, ist doch schon mal schön. Ich muss sagen, gerade am Anfang ist das ein bisschen überwältigend. Es fühlt sich nach viel an, was man zu tun hat und machen muss und so. Deswegen, äh, ordentlich. Ich bin bei den ganzen Bäumen hier. Ja, wir haben viele, viele Bäume hier. Aber der ballert halt auch ordentlich durch, ne? So. Bauen sie eine Farm auf fruchtbaren Grund. Ja, woher erkenne ich das? Also. Wo ist das denn groß? Erforschen Sie Konstruktion, der ist schon dran. Bauen Sie eine Abfallsammlung an die Siedlung. Dort. Machen wir das Verkippungsgebiet zu. Okay, habe ich hier unten irgendwas? Verkippungsgebiet zu was. Verkippungsgebiet. Wo können wir was verkippen? Hier sieht es so ein bisschen aus, das könnte man da gut was verklappen. Wir müssen ja hier nicht unbedingt auf... Wie geht das jetzt? Das ist ordentlich. Ja komm. Da kann man gut ballern. Wow. So. Okay. Das war wild. Zeig. Da wird verkippt. Verkippen Sie Abfall. Abfall kann verkippt werden. Wunderbar. Abfallverkippung. Ah, so kommt man wieder in dieses Tutorial rein. Wow. Entschuldigt bitte. Schön. So hätte man sich einige Minuten ersparen können. Herrlich. Ja. Herzlich willkommen in Dullihausen. Ich bin hier Oberbürgermeister. So. Schmeißen von Eisenschrott. Wunderbar. Ey, hier wird ja wirklich erklärt, wie das geht. Das ist ja... Das ist ja mal mega. Man kann einen Amogos machen. Ähm. Kann sogar drehen. Ist mir egal, was da alles steht. Landwirtschaft. Ähm. Landwirtschaft. Wunderbar. Guck mal hier. Haben wir auch Zeug. Landwirtschaft. Abfallverkippung. Lastwagen. Schön. Ja. Es wird alles erklärt. Man muss... Moko. Ich kann das einsammeln. Das ist schön. Äh. Warte auf die erste Kartoffelernte. Muss ich dir das irgendwie sagen? Oder mach dir das von sich aus? Nee, komm hier. Mach mal an. So. Und du machst hier auch... Ja, okay. Du bist... Sehr gut. Oh, ich hab schon... Ich hab schon Abfall verkippt. Ich habe Abfall verkippt? Äh. Whee. Da ging es einmal im Kreis. Ich hab ja das Gefühl, der hat sich im... Junge, das ist ja ne nette Idee. Da ist Abfall. Das ist ja ne nette Idee hier, aber... Du hängst in einem Bumm drin. Ähm. Das ist ja nicht gut. Badoop? Was macht ihr Badoop? Ach komm. Einsammeln. Wir warten auf Kartoffeln. Bild. Bildmontage Manuel. So. Manuel. Oh. Falscher Knopf. Manuel. Du sollst montagiert werden. Ja, das ist das. Montage Manuel. Wo machen wir dich denn hin? Äh. Guck mal her. Montage Manuel. Da gibt's auch einen Ausgang. Das heißt, wir machen den Montage Manuel dahin. Da ist unser Manuel. Da wird sein. Erforschen Sie Handels-Doc. Wir dürfen forschen. Handels-Doc. Ja, wir machen gerade erst die Bergbaufahrzeuge. Was ist das schlimm? Wir könnten hier abbrechen. Ah. Pass auf. Machen wir so. Äh. Schon bei 16 Prozent. Wir machen das jetzt anders. Wir gehen erstmal hin und machen nur diese hier. Ich glaube, weil sonst haben wir Probleme. Oh. 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 Okay. Was manualisiert du denn? Ähm. Habe ich was? Wählen Sie das Rezept in der Montage Manuel, um Konstruktionsteile zu produzieren. Wir wollen Konstruktionsteile haben. Das rezeptieren wir und sagen, mal bringen wir alles an. Ja, Herr Spielkind wird mir sowas von wieder erzählen, dass ich ja jetzt auch so komisch rede. Ähm. Oh. Oh, das. Oh, das geht ja gar nicht. Ähm. Also Hintergrund. Ich gucke nicht gerne die Videos von Spielbär. Die sind prinzipiell gut. Also der macht das gut. Aber ich mag nicht, wie er redet. Ich mag nicht, dass er Items sagt. Das sind Items. Und ich weiß, er macht das, um Leute zu triggern. Und er triggert mich. Und viele schreiben wahrscheinlich auch Kommentare dazu. Was gut für einen Algorithmus ist. Ich schalte aus. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt hier von Montage-Manuel rede. Und montagieren. Mache ich genau den gleichen Spaß. Ich trigger Leute. Hoffe auf Kommentare. Bitte schreibt einen Kommentar da unten rein, wenn es euch das triggert. Ja. Herr Spielkind, tut mir leid. Ist der getriggert? So. Ähm. Wenn mir da Spaß gemacht hat. Was ist mit deinen Kartoffeln hier? Wartet auf Wasser oder Regen? Er treffnet. Da hast du dein Wasserregen. Fruchtbarkeit. Warum nimmt die Fruchtbarkeit ab? Wenn das Wasser dazukommt. Ich hinterfahre das nicht. Sehr schön. Äh. Wir sind bei 91 Leuten. 43,55 Monate. Handelsdoktus 3. Wunderbar. Ähm. Kartoffeln. Hab ich mich jetzt erschreckt? Das hat ja geblitzt. Da ist ja gewid... Tja. Leute, das könnt ihr nicht machen. Habt ihr noch nie Man in Black gesehen? Diese Blitzdingse. Da vergisst man doch immer. Nachher fang ich das Let's Play von vorne an. Das ist doch doof. Äh. Ja. So. Energieversorgung und Wartung. Wo ist meine Forschung? Ich muss... Reihenfolge. Energieversorgung und Wartung. Du kommst hier aus Warteschleife entfernen. Energieversorgung und Wartung. Geht auf G2. Ich nehme auch die Werkzeuge raus. Ich halte mich an das Tutorial. Das Spiel ist ein bisschen langatmiger. Würde ich behaupten. Ähm. Ich muss mal gucken. Also die Folge jetzt diese erste. Um einen Blick zu kriegen erstmal. Die lass ich so. Wahrscheinlich wird das nächste dann ein bisschen geschnitten. Ich werde auch nur maximal eine die Woche machen. Vielleicht eher eine alle zwei Wochen. Jetzt am Anfang wird es ein bisschen mehr sein. Bis Satisfactory wieder das tut, was es tun soll. Bild Handelstock. 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 Förderstrecke. Nein. Lager. Stückgutlager. Muss ich jetzt das Stückgutlager? Bauen Sie Stückgutlager und weisen Sie ihm Holz zu. Stückgutlager. Da. Ich würde das mal hier so hinsetzen, weil das muss ja dann auch. Oder ich werde das mal. Ich werde das mal da so hinsetzen. Ähm. Nein. Ich setze das. Ich setze das so. So. Diese gute Kompromiss zwischen da und da. So. Und weise ich noch. Ja. Produkt zuweisen. Holz. Holz wird zugewiesen. Habe ich gemacht. Ähm. Energieversorgung. Wartung. Montage manuell. Eine weitere Montage manuell. Leute. Ich ziehe das jetzt durch. Das tut mir leid. Äh. Aber. Wir machen mal eine weitere Montage. Weitere Montage manuell. So. Ähm. Das. Ähm. Handels-Doc. Handels-Doc. Wo. Ähm. Ich behaupte mal in das rote darf ich nicht rein. Einige Teile müssen sich im Meer befinden. Da vermute ich mal, dass es dieses sein wird. Ah. So muss das da hin. Ähm. Ähm. Ich setze das jetzt mal. Ähm. Ich setze das jetzt mal. Da dran. Äh. Und mechanische Teile konstruieren. Ist an. Ist an. So. Kannst du Strich machen. Ich hab. Hier ist. Der macht. Und jetzt. Macht. Macht. Macht der auch. Bitte. Und legende Landwirtschaft. Freigeschaltet. Super. Konstruktion. Neues Gebäude freigeschaltet. Wunderbar. Wartung. Ähm. Wartung ist. Maintenance. Blabla. 1. 2. Kann im Fenster eingesehen werden. Im Notfall kann kaputte Objekte sofort mit Hilfe verhalten. Eigentlichkeit. Eigentlichkeit. Und repariert werden. Hoi. Hoi. Ja. Schön. Ähm. Das ist jetzt unpraktisch. Ihr sollt hier einlagern. Aber ihr holt euch immer wieder raus. Und packt da hin. Das bringt ja dann gar nichts. Oh. Da ist was passiert. Wartung. Stellen Sie Stromproduktion, indem Sie einen Dieselgenerator bauen. Dieselgenerator. Da ist ein Stromzeichen. Dieselgenerator. Wo packen wir einen Dieselgenerator hin? Da kommt ein Dieselgenerator hin. Wartungsdepot. Wartungsdepot. Sitzen wir mal da hin. Na guck mal, Handelstock ist fertig. Ich muss aber noch hier Holzeinlagern. Hallo? Wenn ich das rausfahren, weglasse. Oh, eine gute Idee. Okay. Cool. Dann sollten wir das auch bald haben, dass der da weitermacht. Wartungsdepot wird gemacht. Aber hier. Manuel, mach doch. Da. Da. Und da. Habe ich gemacht. Produziert. Muss jetzt mal abgehakt werden. Oder muss ich noch eine aufstellen? Ha. Produzieren Sie Wartung. 35 von 100 habe ich schon gemacht. Aber. Hier fehlt schon Eisen. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Welch Elkawatsch das sind Sosien? Also der offensichtlich? Wo ist der andere? Kleine Laster, du bist voll mit Müll. Sag mir nicht, du kannst den Müll hier hinten nicht abladen. Oh Mensch. Wo hatten wir das? Abfallverweichung. Überlegst du gerade, wo du hinkommst? Da vorne. Okay, wir machen das anders. Wo war es? Wo war es denn da? Nee. Wo ist das? Kann ich das Gebiet denn? Ah, so kann ich das Gebiet x-en. Aber eben so. Äh, das. Einmal das Gebiet weg. Okay. Und jetzt versuchen wir nochmal. Neu. Wir sagen. Machen wir hier mal. Aha. Glaub ich. Bauen wir mal eine Insel hier hin. Insel mit zwei Bären. Guck mal, der zählt sogar schön mit. Komm, wir machen 15 x 15. Weil wir machen erst mal 10 x 10. Das reicht auch, ne? 10. Tss. Äh, Moment. 1, 2. Mal. Ach so. Ach so. Zählt nicht schön mit. Tss. 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 Okay. War nicht so schwer. Warum hat der jetzt noch nicht geschnallt? Oh, wir haben schon wieder über eine halbe Stunde. Ähm. Gucken wir jetzt nochmal eben. Warum der nicht schnallt? Okay, die beiden sind unterwegs. Aber warum schnallt der nicht, dass der Kollege hier da ist? Oder muss ich noch einen bauen? Hier. Ich soll Montage-Manuell. Kommt direkt daneben. Kommt hier an, an, dann. So. Kriegt einen. Bumm. Steht. Ja. Steht. Mach mal. Kannst du das bitte abhaken? Danke. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Jetzt soll ich ja als nächstes forschen. Hier sind doch zwei Stück zugewiesen. Stehen jetzt auch beide da? Jetzt schön, wenn das hier einlagern wird, dann wird das da oben auch weitergehen. Aber den verstehe ich nicht. Ich habe jetzt schon drei Stück hier Montage-Manuell gemacht. So. Zeige gesperrte Ziele. Brauchen Sie bitte. Okay, das ergibt Sinn, aber... Ich... 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 Ich verstehe nicht, warum das hier nicht zählt. Da ist einer, da ist einer, die sind alle da. Der hat einfach keinen Bock, hier hinzuliefern. Was ist, wenn ich da auf Aus stelle? Mach erst mal dein Ding da. Du kriegst auch kein Holz. Du kriegst auch... Du kriegst Holz. Und du kriegst auch kein Holz. Schnallst du das jetzt? Du produzierst ja auch Teile. Müssen erst welche produziert werden. Es wäre schön, wenn du die jetzt einladern würdest. Schauen wir mal, es ist noch ein anderes Tier passiert. Der muss ja jetzt was tun. Gehen wir einmal durch. Holy crap. Faszinierendes, spannendes Gameplay. Du fährst da wieder hin. Jetzt, genau. Danke. So, die Teile sind produziert. Ja, wir haben sogar schon acht eingelagert. Hier läuft auch gerade. Du machst wunderbar. Du bist toll. Aber nö. Mechanische Teile. Wie oft habe ich das jetzt vorgelesen? Wie oft habe ich das jetzt vorgelesen und es einfach ignoriert, dass ich das falsche Ding angeklickt habe? Können wir bitte nie wieder darüber reden? Holy crap. Und guck mal, auf einmal kommt was im Lager an. Ich habe echt gedacht, ich müsste die gleichen Sachen machen. Aus. Du brauchst keine Teile. Du schmeißt mal rein. Danke. Einsammeln. Jetzt kann ich, jetzt kann ich hier, äh, handeln mit einem Dorf. Handeln mit einem Dorf. Kann ich hier mit handeln? Nee, spenden will ich nicht. Verdammt, was soll ich, was soll ich handeln? Ich solle, ich soll Ziegel gegen Holz vom Dorf. Kaufen Sie Ziegel. Ich hätte gerne. Ich gebe Holz und erhalte Ziegel. Sehe ich das richtig? Produkt wurde an unserer Handelsdokke liefert. Kann ich besuchen. Zurück nach Hause. Geht nicht. Zurück. So. In dem Handelsdokke liegen Ziegel. Ich habe Ziegel hingekriegt. Einsammeln. Kriege ich sogar 40 dafür. Wunderbar. Forschensivfahrzeuge und Bergbau. Forschung. Fahrzeuge Bergbau. Aktivieren Sie das Eisenrezept, welches Eisenerz im Hochofen nutzt. Okay, das muss ich erst danach machen. Eisenschutz. Gut, das kenne ich ja auch noch nicht. Erforschen Sie Leuchtfeuer. Bauen Sie Unterkünfte. Kann ich eine Unterkunft bauen? Unterkünfte. Unterkünfte. Ihr habt einen scheiß Platz damit. Direkt an der Müllkippe, ne? Wäre mir egal. Gut, die Unterkünfte bauen wir gerade. Reisenrezept. Reisenrezept machen wir. Und schon mal fürs nächste Mal das Leuchtfeuer. Siehst du? Müssen wir nämlich da hin. Aber ich ballere das jetzt hier schon mal in die Warteschleife. Weil die Werkzeuge brauchen wir auch. Wir wollen Werkzeuge haben. Ja. Oh mein Gott, war das ein holpriger Start. Und ich sehe jetzt, ich hätte ich hätte alles ein bisschen beschleunigen können. Hätten wir vielleicht nicht so lange Wartezeiten gehabt. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es hier habe ich kein Käffchen. Das ist ungünstig. Ahoi Matrosen. Tschüss. Ahoa. Das ist klar.